Hi, ich bin Diana. Ich komme aus Bulgarien. Ich war in Bonn zur Promotion. Dann habe ich im Chor gesungen 2015 bis 2018. Da habe ich wirklich sehr gute Erlebnisse mit dem Chor. Ich war sehr berührt, weil zu meinem Abschied wir ein bulgarisches Lied gesungen haben, Cavals Fieri. Und nach meinem Rückkehr nach Bulgarien haben mich sogar meine guten Chorfreunde gesucht. Ich habe sehr gute Freunde, mit denen halten wir bis heute noch Kontakt. Hier von unserer Reise. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß in dem Chor wie ich damals. Ich bin Diana. Ich bin Diana. Ich bin Diana. Ich bin Diana. Vielen Dank.